Da bist du Spieler, bist dabei und kannst jetzt nicht mehr die... Freunde, ich kann leider nichts von der TV-Total-Sendung einblenden. Das Video wird sonst komplett gesperrt, kann keine Sau gucken dann. Tut mir leid, ihr müsst euch dann komplett das Original angucken. Ich habe trotzdem für euch in diesem Video die gesamte Story aus meiner Perspektive. Wenn ihr natürlich die Szenen sehen wollt, wie wir in die Katakomben fahren, da werden jetzt einige Schnitte sein, wo ich sage, hier, guck mal da, kommt da nichts, darf ich nicht reinschneiden. Tut mir leid, müsst ihr euch dann nach diesem Video das Video von TV-Total angucken. Und jetzt, viel Spaß. Du bist Mario Götze. Der spielt nicht mehr bei Dortmund. Marken Rose. Ja. Dortmund, Dortmund Bus, Mario Götze, TV-Total. Super viele Fragen. Freunde, das gewünschte Video zu dem Thema Fake Dortmund Bus. Bei TV-Total. Ihr wolltet die ganze Story nochmal wissen. Ich habe sie nochmal parat. Gestern lief es im Fernsehen. Gestern waren wir auch bei der Show im Publikum. Vielleicht habe ich der ein oder andere gespottet. Zusammen mit der ganzen Mannschaft. Nochmal liebe Grüße an die Jungs, an alle. Ja, viele wollten einfach nochmal genau wissen, wie das alles ablief. Was wir gemacht haben, was überhaupt passiert ist. Ob wir eine Anzeige am Hals haben. Ob wir, was auch immer. Weil, Grüße gehen raus an den lieben Puffpuff. Ich weiß, du wirst es ganz sicherlich nicht sehen. Der hat zum Beispiel Stadionverbot. Soviel kann ich schon mal spoilern. Der hat Stadionverbot seit Leben lang. Es hätte jeden treffen können. Puffpuff hat es getroffen. Natürlich baste ich mich jetzt hier mit. Ich war einer der Spieler, die im Bus saßen. Aber das ist auch Jacke. Ich werde da jetzt keine Konsequenzen von ziehen. Hau ich mal. Ich fange einfach mal ganz vorne an. Ich werde zwischendurch immer Ausschnitte aus der Sendung einblenden. Oder auch Bilder, die ich selber gemacht habe. Ganz am Anfang. Wie kam es dazu? Ein sehr lieber Spieler aus unserer Mannschaft. Wir haben bei Walsch eine erste, zweite, dritte Mannschaft. Dritte wurde leider nicht gefragt, weil sie ein paar Werte los war. Ich glaube seine, ich tue mir leid jetzt, Tante. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Eine Bekannte von ihm arbeitet bei TV Total als Autorin. Und die hatten halt diese Idee mit diesem Fake-Bus. Und brauchten dann natürlich Spieler. Und dann haben sie den eigenen Reihen gefragt. Und er hat dann in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben. Sag mal, wer hätte Bock. Wer wäre dabei. Ich habe als erster die Liste erstellt, dass ich Bock hätte. Heißt, Kiel, Daumen nach oben. Haben sich Schnellspieler gefunden. Und dann war klar, hier nächste Woche Samstag, 13 Uhr, Treffen bei TV Total hier in Köln. Die haben ja da diese Studios und sowas. Dann geht es ab. Und Plan war folgendermaßen. Wir werden mit einem Fake-Bus ins Dortmund-Stadion reinfahren. In die Katakomben. Und dann auf dem richtigen Platz warm machen. Und auch mit den Profis da. Das war so dieser Mainplan, der natürlich nicht funktionieren wird. Und es hieß, mit dem Bus geht es da rein. Wir werden einen kompletten Dortmund-Dress haben. Damit wir natürlich nicht auffallen. Und der Trainer, der Sebastian Puffpaff, der ein bisschen, weiß ich jetzt nicht, ob der aussieht wie Marco Rose, hat wahrscheinlich schon ein bisschen was von Marco, aber Marco, als wäre er so ein Kollege von mir. Auf jeden Fall, es ging so los, dass wir halt alle zusammen als Mannschaft uns dann da versammelt haben. Erstmal grüße ich ihn raus an die Mitarbeiter von TV Total. Der eine oder andere ein bisschen neben der Spur. Grüße ich ihn raus. Aber super, super Typ. Und dann sind wir da in unseren Exclusive-Room gekommen, Freunde. Wir in den Raum rein. Hinten dann die ganzen Anzüge von Dortmund. Realer Story dazu. Normalerweise hätten wir richtige Dortmund-Anzüge bekommen. Das heißt, richtige Dortmund-Anzüge, also die aus dem Shop, richtige Dortmund-Anzüge, die sind an dem Tag nicht angekommen. Dann durfte ein glücklicher Kollege nochmal extra nach Köln flitzen, irgendwelche Puma-Anzüge holen. Dann haben die einfach auf die Puma-Anzüge so ein Dortmund-Logo draufgeklebt. Ja, sah jetzt nicht ultra krass aus. Ich kann nochmal eben ein Bild anblenden, wie es an mir aussah. Bei einem oder anderen ist es da auch direkt abgeflattert und hast du nicht gesehen. Aber war eine kleine Notlösung, was auf jeden Fall dann noch gut funktioniert hat. Ich muss sagen, wir sind da reingekommen in diesen Shoppen. Da war so, das war so eine Stimmung, jetzt würdest du morgens in die Schule zur ersten Stunde reinkommen irgendwie. Dann kam mal der Sebastian, der hat da ein bisschen Dampf reingebracht, das war ganz cool. Und dann, ja, wir haben uns umgezogen, zack, raus zum Bus. Dann wurde auch gesagt, ey, hier wird direkt die erste Szene gedreht. Funfact zum Bus, war ein ganz normaler Bus, also ein normaler Reisebus ohne schwarze Fenster oder so jetzt. Und der Busfahrer, zu dem komme ich ganz am Ende nochmal. War, ähm, harter Tag für den Mann. Also wirklich ganz harter Tag. Ähm, er wusste von nichts, ja. Auf der Fahrt nach Dortmund wurde ihm gesagt, dass wir in die Katakomben von Dortmund wollen. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht, was da wir als Busfahrer gedacht hätte. Fakt ist, dann ging es direkt mit den ersten Szene los, wie der Bus angerollt kommt und wir dann als Spieler uns so vor den Bus hinstellen. Seht einfach mal selbst. Das war auch mein direkt großer Einsatzfreude. Mario Götze wurde ich direkt benannt. Und zum Schluss, das ist mir gar nicht aufgefallen, wurde nochmal gesagt, dass er nochmal ein spezielles Auge auf mich wirft. Grüße ich ihn raus. Ähm, ja, war super witzig. Einer der Kleinsten aus unserem Team. Grüße ich ihn raus. Ähm, wurde als Erling Haaland betitelt, ne. Natürlich auch witzig so. Und, äh, da wurde vorher gesagt, ey, Jungs, ich werde zu irgendeinen kommen und werde sagen, du bist Götze, ne. Ist ja klar, Götze spielt nicht mehr bei Dortmund. Hat es mich getroffen, muss ich sagen, als er dann so auf mich zukam und auf mich gezeigt hat, war ich erstmal so ein bisschen, wow, okay, Digga, ich musste mich so erstmal anschalten. Weil ich war ja noch ein bisschen in der AFK, ich stand da in der Reihe und dachte halt, okay, ich muss jetzt hier nur stehen. Und dann musste ich auf einmal anfangen zu reden und sowas. Und dann hat er auch gefragt, wer bin ich? Und ich war kurz davor zu sagen, Sebastian Puffpuff, dann wusste ich den Namen vom Dortmund-Trainer erstmal nicht. Das war alles, aber dann wusste ich den Namen, dann habe ich das rausgehauen. Das war sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, war ganz klink, bin ich ehrlich. Dann ging es ja los, ne, auf dem Weg nach Dortmund. Und uns wurde vorher auch schon gesagt, dass wir gewisse Schlachtrufe machen werden. Das heißt, äh, hö, hö, ne. Und hast du nicht gesehen, die blende ich auch mal eben ganz kurz ein. Die sind nämlich sehr, sehr geil geworden. Wirklich Schlachtrufe, einer meiner Lieblingsszenen gewesen, war echt super witzig. Die haben wir auch mehrmals gedreht, aus verschiedenen Perspektiven. Ich muss aber dazu sagen, es gab noch mehrere Schlachtrufe, die leider, Gott sei Dank, nicht reingeschnitten wurden. Ich sag mal so, Uli Hoeneß wurde jetzt nicht nur als vorbestraft betitelt, sondern da hatten wir auch noch eine andere Option, die ich euch jetzt erspare. Und wir hatten noch ein paar Polenwitze über Lewandowski und dass er den Ball an Dornig gewinnt. Aber die haben es halt leider nicht in die Sendung geschafft. Ja, Schlachtrufe sehr, sehr cool. Dann sind wir eigentlich in Dortmund angekommen. Haben uns dann wirklich, also das verstehe ich auch bis heute, wirklich auf dem kleinsten Parkplatz der Welt. Also wirklich riesen Respekt an diesem Busfahrer, wie der das Ding da um die Reihen gedreht hat. Völlig verrückt, der Mann. Wir sind da, also, unmenschlich. Weil wirklich können alle, die dabei gewesen waren, es war unmenschlich da. Ja, also der ist da, er hätte sieben Schilder mitnehmen müssen, hat vier Bäume. Auf diesem Parkplatz wurde der Bus dann beklebt. Und vor allem mit beklebt meine ich jetzt nicht, dass der ganze Bus komplett originalgetreu, wie der richtige Dortmund-Bus aussah, sondern es war wirklich ein großer Dortmund-Sticker, ein echter Liebesticker und vorne an den Spiegeln so Dortmund-Sticker, die, glaube ich, auch in Real Life gar nicht drauf sind. Es sah nicht originalgetreu aus, aber es sah schon gut aus, das muss man sagen. Ich habe auch, glaube ich, ein Bild. Wenn nicht, ein bisschen cringe, aber ich glaube schon. Und ja, dann stieg auch die Nervosität, weil du wusstest ja, okay, wir sind jetzt als Mannschaftsbus unterwegs und dann sind wir halt straight, sofort, zack, auf dem Weg nach Dortmund gewesen. Also zum Stadion, zum Signal, langsam aber sich aufs Stadion zugefahren und jetzt wurde es krass. Ich dachte, da ist direkt Sense, klar, uns haben immer mal ein paar Leute zugewunken, aber teilweise haben sich auch Leute gedacht, Digga, was ist denn das hier gerade für eine Aktion und was fährt denn hier jetzt für ein Bus lang? Und dann waren wir im Stau. Also Retalk, wir standen im Stau vor dem Stadion. Ich glaube jetzt mal nicht, dass der originale Mannschaftsbus im Stau steht. Sebastian puffpaff da vorne hier die ganze Zeit am Winken und dann sind wir irgendwie links lang gefahren. Könnte ich jetzt eigentlich auch nochmal einblenden, sind irgendwie links lang gefahren. So ein Security hat sogar noch eine Pilone auf die Straße gestellt, weil er gesagt hat, nee, kommt hier nicht durch. Sebastian hat dann irgendwie so gemacht, hier zack, zack. Der Mann, die Pilone weggemacht, wieder durchgefahren. Und dann muss ich sagen, ging der Puls richtig hoch. Ich muss nämlich auch dazu sagen, dass ich einer der Ersten war im Bus, zusammen mit zwei anderen Kollegen. Das heißt, ich wusste ja, okay, wenn es so weit kommt, bin ich einer der Ersten, die aussteigen. Und das war irgendwie, ich weiß nicht, war ein bisschen krass. Und direkt vor dem Stadion war es dann richtig krass. Also dann haben uns da Leute zugewunken, haben Fotos von uns gemacht. Wie hier, kein Spieler winkt aus dem Bus zurück, wie hier die ganze Zeit zurückgewunken wie so Dullis. Und dann wusste einer aus unserem Team genau, wo diese Katakomben sind und hat gesagt, ey Leute, hier rechts. Ja, dann ging es runter in die Katakomben. Ich muss dazu sagen, wir sind eine Station zu weit gefahren. Das heißt, hier war das für die Spieler und allen weiteren war das für die Presse. Und der Bus ist dann stehen geblieben. Sebastian hat gesagt, so Männer, raus, 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 raus. Vor mir waren zwei Kollegen, danach war ich direkt. Wir sind rausgegangen, standen dann erst mal zu dritt draußen. Und Digga, dann stehst du da und du denkst dir, Digga, also wo muss ich denn jetzt? So, ich bin, also wisst ihr was meinen? Auch super cringe, so mit Airports, Masken, so richtig auf Spieler. Ich hatte so meine Pratertasche in der Hand. Dann hat uns aber der Sebastian Puffbach nach links geschickt. Und nach links war völliger Schwachsinn der Weg. Wir sind dann da zu irgendeinem anderen Platz gekommen. Wären wir nach rechts gegangen, wären wir im Stadion drin. Also wären wir wirklich straight rechts durchgezogen, wären wir im Stadion drin. So sind wir dann leider irgendwie links irgendwo gelandet, also falsch. Und dann sind wir halt auch direkt aufgeflogen. Denn dann kam Manni Beutmann, der Kommentator, hat auch schon die ganze Zeit gelacht. Und der Dortmund-Ordner hat sich auch gedacht, Leute, was ist hier gerade für ein Film? Ja, da ging es so ein bisschen ab. Dann kamen mehrere Ordner, dann kam auch irgendwie so ein Chef da. Und der hat dann eine richtig Welle gemacht, hat gesagt, er will jetzt von allen von uns unsere Daten haben. Für jeden eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch. Sebastian Puffbach, super Aktion, super argumentiert, hat gesagt, wo liegt denn hier ein Hausfriedensbruch vor? Hausfriedensbruch ist, wenn du ja sozusagen irgendwo einbrichst. Letzten Endes wurden uns die Tore aufgemacht und wir sind da durchgefahren. Ganz locker flockig. Und so war es dann auch. Wir haben uns auch noch auf den A-Jugendplatz warm gelaufen mit Air Force, Maske an. Wurde leider gnadenlos nicht reingeschnitten. Auch im Regen, Kollege war auf dem T-Shirt, weiß ich auch nicht, was da los war. War super schade, dass das nicht reingeschnitten wurde, weil das war echt witzig. Und dann sind wir hinten durch den Hintereingang raus, waren dann noch an Bierständen und Leute dachten, wir werden die U23. Und die Jungs, die haben doch gestern gewonnen. Ich so, ja, wir haben gestern gewonnen. Und Schwachsinn, wir waren nicht im U23. Haben das dann noch genossen. ProSieben hat dann noch ein Bier ausgegeben. Gruß und Kuss geht raus. Und da waren wir draußen, es war arschkalt. Und dann dachten wir uns, okay, lasst jetzt wieder in den Bus ab, nach Hause. Ja, der Bus, der Busfahrer war ja in den Katakomben. Ist dann irgendwie direkt weggefahren. Und normalerweise die richtigen Busse bleiben so lange stehen, bis das Spiel losgeht. Oder bis alle Spieler in den Kabinen sind, ich weiß es nicht genau. Der ist direkt durchgezogen, wurde volles Rohr von der Polizei befragt. Hat da auch seine Daten angegeben. Den Bus, der tut mir auch wirklich vom Herzen, tut mir dieser Busfahrer leid. Auch ganz zum Schluss, der wollte noch eine Zigarette von irgendeinem. Wir sind alle weggegangen. Das war ganz schlimm für den, glaube ich. Ganz schlimmer Tag. Ja, wir haben halt die ganze Zeit darüber geredet, wie krass das gerade war, was hier abging. Wir sind einfach in die Katakomben da von Dortmund gefahren. Waren da drin. Wir hätten es fast irgendwie in die Kabinen geschafft. Dann kam der Bus auch an. War auch alles cool. Der war witzig drauf. Ganz schnell die Sticker abgemacht. Und dann ging es ja nach Hause. Und wirklich halbe Stunde später, wie im Bus, zack, Bild berichtet, Sky berichtet, Welt berichtet. Alle Nachrichtensender, die es da gibt, Sport 1 und hast du nicht gesehen. War echt super cool, war super witzig. Und alle so Skandal hier, Fake Dortmund Bus und hast du nicht gesehen. Und dann war auch halt irgendwann klar, dass Sebastian Puff war, weil so TV auch total dahinter steckt. Nee, war aber echt sehr, sehr witzig. Und ein paar Tage später kam dann eine Nachricht rein von dem Watzke, von dem Geschäftsführer von Dortmund. Und der hat gesagt, es wird für jede einzelne Person Nachfolger haben. Aber letzten Endes hat es nur Sebastian Puff Puff Stadionverbot. Wir als Spieler sind natürlich gnadenlos gut weggekommen. Und ja, Watzke, falls du siehst, ist es tut mir leid. Ich mache das nie wieder. Ja, Freunde, das soweit zur ausführlichen Story. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es sehr, sehr cool. Ich glaube, es ist auch einfach mal, ja, war cool. Wenn ihr es euch nochmal komplett angucken wollt, ja, also das komplette Video von TV Total, wie wir da reinfahren in den Kanal kommen, bla bla bla. Ja, checkt ihr in den ersten Link ab. Das ist auf diesem TV Total Kanal online bei YouTube. Zieht euch jetzt wirklich rein. Das ist sehr, sehr witzig. Und ja, in dem Sinne, Freunde, ich wünsche euch noch einen ganz gepflegten Abend. Wir sehen uns zunächst wieder. Bis dahin, euer Kiel. Tschüssi.